Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute möchte ich das Sigma 14-24mm Ultra-Weitwinkelobjektiv für den Sony E-Mount vorstellen und ich glaube alle Landschaftsfotografen werden jetzt ziemlich gespannt sein, was da kommt. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bevor wir anfangen, erst einmal vielen Dank an alle neuen Follower, an alle neuen Abonnenten, die meine Videos schauen, die meine Videos liken und vielen Dank an alle, die gerade in den letzten Wochen neu dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, schreibt mir gerne unter das Video. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Das Sigma 14-24mm Blende 2.8 Ultra-Weitwinkelobjektiv für den Sony E-Mount ist ein sehr besonderes Objektiv, wie ich finde, denn es ist das einzige seiner Art, was eine Offenblende von 2.8 bei 14-24mm bietet. Das Tolle ist schon mal vorweg, es ist ein Objektiv, was sich mega lohnt, was auf jeden Fall tolle Bilderergebnisse liefert und jeder, der es kauft, wird es auf jeden Fall nicht bereuen. Das Sigma ist natürlich ein sehr großes Objektiv und es ist auch kein leichtes Objektiv. Also nimm es mal in die Hand. Wenn du es nicht in die Hand nehmen kannst, dann zeige ich dir jetzt mal ungefähr den Größenvergleich. Das ist das 14-24mm, das ist das 28mm. Also offensichtlich gibt es da einen deutlichen Unterschied. Wenn ich jetzt mit dem 28er hier an der Sony rumlaufe, bin ich ziemlich unter dem Radar, würde man sagen. Es würde kaum auffallen, dass ich eine Kamera dabei habe. Wie ihr habt es letztens bei YouTube gehört, Leica für Arme. Das 14-24mm ist deutlich größer, deutlich massiver. Ich habe jetzt zum Größenvergleich aber auch noch das 100er von Canon dabei, das 100er Makro. Das ist ungefähr gleich groß, kann man sagen und ungefähr auch gleich dick. Das Sigma ist ein bisschen dicker, aber so vom Umfang her nimmt sich das nicht viel, wenn das an der Kamera dran ist. Machen wir weiter mit der äußeren Erscheinung des Objektivs. Ihr habt hier hinten die Fokusskala von 14-24mm. Die ist wunderbar, fasst sich sehr gut an. Ich finde man hat auch nicht das Gefühl, dass das Ganze sehr schwammig ist oder irgendwie schlecht verarbeitet wäre. Das passt wunderbar. Dann haben wir hier noch einen Schalter für den manuellen Fokus und für den Autofokus, sofern du Autofokus brauchst. Und hier gibt es noch einen Custom-Button, den du wie der Sony typisch frei belegen kannst. Eine Entfernungsskala gibt es nicht am Objektiv. Das hat mich jetzt weniger gestört, ich habe jetzt keine Entfernungsskala gebraucht. Wie sieht es denn aus bei einem 1.400 Euro teuren Objektiv mit der Bildqualität? Ich war draußen für dich unterwegs und habe das Ganze gleich mal ausprobiert. Und ich muss sagen, natürlich hast du am Rand etwas tonnenförmige Verzeichnungen, was normal ist bei einem Ultraweitwinkelobjektiv. Aber du hast ab Offenblende schon ein knackscharfes Objektiv und selbst bis an den Rand kannst du da gehen ohne Probleme. Wie ist es verarbeitet? Und zwar ist es natürlich aus Metall verarbeitet und ihr habt eine fest installierte Streulichtblende. Das heißt, die könnt ihr nicht abnehmen. Die ist fest. Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Das heißt, ihr könnt sie, ich hoffe das funktioniert jetzt, hier. Also die ist natürlich fest und ihr könnt sie nicht abmachen. Hier vorne ist dann der Fokusring und hier oben könnt ihr quasi nichts abnehmen. Das hat natürlich einen einfachen Grund. Und zwar wird zum einen die Linse vorn dran geschützt und zum anderen wird auch gegen Seitenlicht oder Streulicht damit noch gegengewirkt. Kommen wir gleich zum nächsten. Die Frontlinse. Die ist natürlich gewölbt. Und das ist etwas, was mich generell nicht so erfreut bei Weitwinkelobjektiven. Sony hat auch bei seinen eigenen nativen Objektiven die gewölbte Linse vorn dran. Samyang hat es auch, wenn man die günstigeren Weitwinkel kauft. Also sie haben alle durch die Bank weg eine gewölbte Linse vorn dran. Ich finde es nicht so cool, weil man dadurch keine Filter vorn drauf schrauben kann und das ein bisschen einschränkt. Also wenn man jetzt mit Filtern arbeiten möchte, dann braucht man dementsprechend teure Filter, die man dann hier vorn drauf so anklipst und festschraubt. Und dann kann man natürlich vorn tolle Filter verwenden. Das ist kein Problem. Aber es ist natürlich ein riesen Apparat dann. Und gerade wenn man etwas mobil sein will und nicht so viel Packmaß dabei haben möchte, gerade beim Fotografieren am Spot, dann finde ich, nervt es dann so riesige Filterapparate vorn drauf zu haben. Es gibt aber hier bei dem Objektiv eine Möglichkeit, das zeige ich euch mal schnell in der Kamera. Und zwar gibt es die Möglichkeit, hier, ich hoffe das geht jetzt, hier einen Filter sich zurecht zu schneiden. Ich halte es mal vor mein Gesicht, dann erkennt die Kamera genau. Und zwar gibt es dafür eine Schablone, die wird mitgeliefert vom Werk aus von Sigma. Und da könnt ihr dann eine Folie hernehmen und sie dann euch zurechtschneiden und dementsprechend hier einzupassen. Ich finde es nicht so cool gelöst mit dem Gelfilter. Ich hatte letztes Jahr das 15mm Erix Objektiv und da gab es die Gelfilter schon mit dazu. Und das war mega fummelig. Ich finde, das ist nichts Professionelles. Das heißt also, wenn du wirklich damit langfristig gute Ergebnisse haben willst, im Sinne von, du brauchst keinen neuen Filter ständig kaufen, kauf dir einen Aufsatz, den du dann vorn drauf machst und dann denke ich, sollte das passen. Blende 2.8, ich habe es gerade eben gesagt, für wen ist denn das geeignet? Und zwar haben wir zum einen natürlich die Möglichkeiten, damit Landschaften zu fotografieren. Das heißt, bei Lowlight-Situationen bist du gut unterwegs. Du kannst auch drinnen Aufnahmen sehr gut damit machen bei Blende 2.8. Du kannst Architekturfotografie natürlich wunderbar damit machen, gerade bei 14mm. Und du kannst auch wunderbar damit Astrofotografie betreiben. Das heißt, wer damit loszieht in die Berge oder an einen See und möchte die Milchstraße fotografieren, denn der hat natürlich bei Blende 2.8 tolle Voraussetzungen und kann wunderbar schon damit fotografieren. Wichtig wäre bei allen natürlich wieder zu bedenken, dass du, wenn du draußen fotografierst, damit möglichst auf dem Stativ arbeiten solltest. Das heißt, sobald dein Objektiv ein bisschen nach oben, nach unten, links oder rechts nicht zu exakt austariert ist, kann es Probleme geben mit den Seiten. Also in der Mitte stimmt das meistens, aber sobald du nicht ganz ausgeglichen bist mit der Wasserwaage, dann kann es passieren, dass du Verzeichnungen hast im Sinne von stürzende Linien oder Verzeichnungen, sehr krasse Verzerrungen am Rand. Wer das nicht möchte, sollte dafür sorgen, dass das Objektiv gut ausgerichtet ist mit der Kamera und dann passt das auf jeden Fall. Da ich kein Freund davon bin, Testcharts oder Büchoregale zu fotografieren, um zu zeigen, wie gut oder schlecht ein Objektiv ist, war ich draußen unterwegs und habe das Ganze mal bei Available Light am Abend aufgenommen, im Video, um dir einfach mal live zu zeigen, wie sieht das Objektiv aus, wie wirkt das bei 14-24mm, wie viel macht jetzt was aus und vor allem, wie sieht das Ganze bei Offenblende aus, wenn ihr so einen Ultraweitwinkel verwendet. Ich glaube, da kommt es ganz gut rüber und man schaut sich nicht nur statische Fotos an. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort raus. Wie ihr seht, seht ihr nichts an Lensflair. Ja, das ist ziemlich geil. Also dieses Weitwinkel scheint man komplett voll in die Sonne halten zu können, ohne dass man irgendwelche Linsenflecken oder Lensflair hat. Perfekt für alle, die gerne Sonnensterne fotografieren wollen. Und ich habe euch mal hier im Video auch gezeigt, wie das Ganze am Rand aussieht. Das heißt, wenn die Sonne am Rand sich befindet oder oben und unten im Bildabschnitt, um da auch nochmal ein bisschen extrem zu testen, wie sich da das Objektiv verhält, ob es irgendwas gibt an Stör-Artefakten im Sinne von, da blendet jetzt doch die Sonne rein oder da kommt jetzt irgendwie ein Lichtstrahl noch rein, der vielleicht unschön aussehen würde. Nein, es gibt gar nichts davon. Alles funktioniert perfekt. Hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, da gibt es gerade bei 14mm dann doch die ein oder andere Schwäche. Aber Sigma hat ja alles richtig gemacht. Scheinbar sind die Gläser so gut vergütet, dass ihr voll in die Sonne rein fotografieren könnt und da überhaupt keine Angst haben müsst, dass es irgendwie komisch aussieht. So, jetzt sind wir nochmal draußen hier am Petersberg in Erfurt. Hinter mir ist der Dom und ich habe jetzt bewusst nochmal diesen Spot ausgewählt, um dir zu zeigen, wie sich das Ganze nicht nur bei Video verhält, sondern auch, wie sich das Objektiv bei Nachtfotografie bzw. Available Lightfotografie verhält. Denn das ist nochmal was ganz Spezielles, gerade bei Weitwinkeln oder extremen Ultraweitwinkeln, wie hier mit den 14mm. Denn da hat man dann öfter mal auch mit der Situation zu tun, dass Seitenlicht, Streiflicht, Streulicht, was auch immer dann ins Objektiv reinkommt durch die große, gewölbte Frontlinse. Und das kann dann doch schon mal zum Problem werden. Muss es nicht. Ob es zum Problem wird, werden wir jetzt mal ausprobieren. Und zwar habe ich hier meine Sony wieder mitgebracht. Ich habe jetzt hier die Blende 2.8 eingestellt. Als Anfangsblende, wir wollen ja das Maximum gleich mal ausprobieren. Autofokus pumpt ein bisschen. Das ist mir beim Video übrigens auch aufgefallen. Also nur bei 14mm. Bei 24 funktioniert es ganz gut. Bei 14, hm, war es ein bisschen tricky. Verschlusszeit 3 Sekunden, Blende 2.8, ISO 100 und eine Vorauslöseverzögerung von 2 Sekunden. Ich kann jetzt nochmal hergehen und kann das ein bisschen zurücknehmen, vielleicht auf anderthalb Sekunden und dann im Nachgang, in der Postproduktion bei dem Bild auch ein bisschen die Schatten hochnehmen. Das geht bei der Sony ohne Probleme im Rohr. Und da haben wir nicht mehr so ein krasses Streiflicht drin. 14mm. Nochmal voll rausgezoomt. Gleiche Einstellung. Für wen ist dieses Objektiv überhaupt geeignet? Zum einen sagt der Sigma, das ist für Landschaften geeignet, für Architektur oder für Milchstraßenfotografie beziehungsweise Astrofotografie. Wofür würdest du denn ein 14-24 Blende 2.8 benutzen? Schreib es mal jetzt in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Wer jetzt noch weitere Specs nachlesen will, der kann gerne nochmal auf die Webseite von Sigma schauen. Da steht nochmal alles erklärt. Ich glaube, die wenigsten wollen wissen, wie viele Blendenlamellen das Ganze hat oder wie viele Gläser oder ED-Gläser in welchen Formationen hier drin angebracht sind. Ich glaube, wir Fotografen interessieren uns vor allem für den Look und natürlich für den Preis. Und wenn dir das Video gefallen hat und wenn du sagst, hey, da habe ich was mitgenommen, das hat mir echt Freude gemacht, lass mir gerne einen Daumen hier oder schreib mir doch mal in die Kommentare, was du von dem Objektiv hältst. Ja, da bleibt mir nichts weiter als vielen Dank zu sagen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Tschüss.